Hi, Marco von LG auf der CeBIT 2018, der Sommer-CeBIT. Ganz passend dazu unser neuer Projektor, ein 4K-Gerät, das ist der LG Presto, cooler Name. Man sieht schon, die Bauform ist besonders, ist anders als andere Projektoren in dem Bereich. Hat hier oben eine Klappe mit einem Umlenkspiegel, sodass man ihn aufrecht hinstellen kann. Die Klappe kann man wegmachen, kann man ihn hinlegen oder auf die Decke montieren. Das Besondere daran ist, das Gerät ist sehr mobil. Man sieht es schon, man kann es mitnehmen, man kann über USB zuspielen, man kann über WLAN, über die WebOS-Oberfläche von LG. Da kann man zum Beispiel die bekannte Apps wie Netflix, Amazon installieren und ohne Zuspieler 4K-Inhalte genießen. Ganz großartig. Der Projektor kommt jetzt in den Handel, passend zur WM und kostet ab 2799 Euro. Okay. Und jetzt noch einmal dieめ Untertitelung des ZDF, 2020